So, willkommen zu diesem Video. Da werden wir uns jetzt einmal anschauen, das Thema Rauchgaswäscher, Schrägstrich Rauchgaskonstellationsanlagen und wie die eben zur Leistungssteigerung beitragen. Hier mit dieser Grund eben so einen Rauchgaswäscher von einer 15 Megawatt Anlage. Also die gibt es eben im Bereich von 1,5 bis 30 Megawatt. Das sind so fixfertige montierte Packages, die nur da hier an die Rohrleitungen anzuschließen sind und da rauchgasseitig anzuschließen sind. Und dann war es das. Also da ist elektrischer Schaltschrank, alles so quasi ein fixfertiges, getestetes, geprüftes Package, was auf die Baustelle kommt, angeschlossen wird und dann nur noch in Betrieb genommen wird. Übersicht, was schauen wir uns jetzt an in den nächsten Minuten? Das generelle Grundprinzip von Rauchgaskonstellationsanlagen. Aufbau- und Funktionsweise von so Rauchgaswäschern, was eben für Vorteile haben. Wie bindet man die in bestehende Heizwerke ein? Wirtschaftliche Betrochtung von Rauchgaswäschern, warum machen die Sinn? Und aktuelle Förderungen in Deutschland und in Österreich, weil da hat sich auch jetzt einiges getan, weil eben das Thema Effizienzsteigerung der Umweltgedanke im Hintergrund mitschwingt und eben die Förderungen da gut erhöht worden sind. Und genau, Grundprinzip, so von Rauchgaskonstellationsanlagen, das hat noch nichts mit Rauchgaskonstellation direkt zu tun, aber indirekt. Jeder von euch kennt eine finnische Sauna. Man sitzt drinnen, das hat 80, 90, 100 Grad. Luftfeuchtigkeit ist relativ gering. Es ist einfach sehr, sehr warm. Ist aber noch relativ zum Aushalten. Und was passiert das Nächste? Der Saunameister geht her und macht einen Aufguss. Man sieht schön, Dampf steigt auf, Wasserdampf. Was passiert mit Wasserdampf? Der verteilt sich im kompletten Raum, in der Luft und erhöht die Luftfeuchtigkeit. Und was passiert? Du spürst einfach, es wird deutlich wärmer oder schwüler und es beginnt auch schweißig auf der Haut zu bilden. Im Extremfall dann kommt der Saunameister wieder und fängt an zu wedeln mit dem Handtuch. Was passiert jetzt da? Jetzt wird sehr viel dieser feuchten Luft in sehr kurzer Zeit auf die Haut transportiert. Und das sorgt dafür, dass sehr viel Energie in kurzer Zeit übertragen wird. Das merkst du auch, es wird ziemlich schnell, ziemlich heiß. Also um nicht zu sagen, eben wie Nadelstiche auf der Haut. Und du fängst extrem schnell an zu schwitzen. Beziehungsweise glaubst dem, dass es schweißig ist, aber vieles von dem Wasser ist kondensiertes Wasser, was eben zuvor beim Aufguss aufgegossen worden ist. So kann man sich das ungefähr vorstellen. Also eine Rauchgaskonstellationsanlage ist nichts anderes wie ein kaltes Objekt, wo eben das feuchte Abgas draufprallt, kondensiert und damit Energie, was eben durch den Übergang vom Dampf auf Flüssigkeit enthalten ist, eben an eine wärmetallische Fläche, wie sich immer, abgibt und wir die eben nutzen können. Und wie eben sowas ausschaut, so ein Rauchgaswäscher im Aufbau eigentlich relativ einfach. Es gibt einmal einen sogenannten Waschteil, also oder auch Rauchgasquänsche genannt. Von oben kommt das Rauchgas rein und wird zeitlich über Wasser düsen. Da sieht man unten auch eine Pumpe bedüst. Und damit wird das Abgas einmal von, je nachdem was du für ein Kessel hast, 160, 180, 200 Grad einmal abgekühlt auf circa 60 Grad. Und am Boden sammelt sich dann das Kondensat und auch wenn noch Staub enthalten ist, bleibt dann auch als Schlamm liegen beziehungsweise wird dann ausgeschleust und das wird immer so quasi in Sirkulation gehalten und genau, das Rauchgas im ersten Schritt gewaschen. Dann kommt da ein Übertritt. Das sieht man auch da schon in der rechtecke Kanal in die sogenannte Kondensationsanlage. Und da gibt es eben eine Wärmetauschachfläche, eine eingebaute. Das ist eine Schüttung aus Edelstahlkörpern, aus Blechkörpern. Das ist jetzt das Foto zum Beispiel von da unten fotografiert, wenn man von unten reinschaut. Und von oben nach unten rieselt jetzt das Wasser durch die sogar Wärmetauscherfläche und von unten nach oben kommt dann das Abgas. Und da wird eben Wärme zwischengespeichert und das warme Wasser wird eben über eine Plattenwärmetauscher, ganz klassisch sieht man auch da in grün, diese geschraubten Wärmetauscher, wird dann abgeführt und oben das kalte Wasser wieder reingesprüht und wird so quasi in einem Kreis dann gefördert. Und der Vorteil eben von diesen Plattenwärmetausch sind die mir relativ günstig, einfach zu warten und sehr robust gebaut. So kann man sich ungefähr vorstellen. Also der erste Teil ist die Waschzone, zweiter Teil ist dann die Wärmerückgewinnungszone. Es gibt ja bei Kondensationsanlagen so klassische Rohbindelwärmetauscher, wie sie schon bei Kondensationsanlagen verwendet werden. Oder eben wie im Caligur, so einen geschraubten Plattenwärmetauscher. Hat halt den Vorteil, dass das System wesentlich günstiger ist, wie jetzt die geschweißten Rohbindelwärmetauscher und auch sehr einfach zu warten sind, weil der Wärmetauscher außerhalb der Kondensationsanlage steht und sehr leicht gewartet werden kann. Die Bindel sind ja eingeschoben, eingebaut, auch mit den Pflanschen an der bestehenden Rohrleitung verbaut und teilweise sehr schwierig, die zu demontieren und zu reinigen. Und zudem ist auch da auch sehr viele Schweißnähte, was hier der Schweißnähte wieder eine potenzielle Schwachstelle ist und es ist sehr viel händischer Aufwand, diesen Wärmetauscher zu schweißen. Dementsprechend ist der um ein Vielfaches teurer als im Bereich von das Fünf- bis Zehnfache, was jetzt so ein einfach geschraubter Plattenwärmetauscher kostet. Vorteile eben von den Plattenwärmetauschern, gegenüber den klassischen Rohbindeln, wie gesagt, eben keine Schweißnähte vorhanden. Dadurch kann er potenziell in Schwachstellen, also für Wasseraustritt, Druckverlust und so weiter. Geringe Grätigkeit, weil Edelstahl Wismar hat eine sehr schlechte Wärmeübertragungsfähigkeit im Vergleich zu Stahl, also normalen Schwarzstahl, ist aber ein Vielfaches schlechter. Deswegen ist ihm wichtig, je dünner so ein Edelstahl-Blech oder Rohr gemacht werden kann, desto besser ist auch die Wärmeübertragung. Und deswegen ist auch der Vorteil bei den Plattenwärmetauschern, da hier die Platten ja sehr dünn sind und in und an das er quasi versteift, hat man da die beste Wärmeübertragung, wo man bei Rohrbündeln dann eher bei 3, 4, 5, 6 Grad Grätigkeit ist. Und das bedeutet auch wieder Effizienzverlust, weil das Abgas nicht so stark ausgekühlt werden kann in der Kondensationsanlage. Günstige Anschaffung, wie gesagt. Wartung und Reinigung von außen möglich, weil die außerhalb von Backheads stehen und sehr einfach zum Reprieren austauschen ist. Und auch das Nachrüsten von Wärmetauscherfläche, wenn es aber benötigt wird, ist relativ einfach, weil es gibt nämlich auch Systeme, wo man zum Beispiel noch eine Wärmepumpe kombiniert, eine elektrische und da muss eben die Wärmetauschfläche vergrößert werden. Und da bin ich bei klassischen Kondensationsanlagen mit Wärmetauscher Bündel, muss ich da oben eine Platte schaffen in der Kondensationsanlage und dann noch einen Kasten aufsetzen mit einem weiteren Bündel einsetzen. Das ist relativ aufwendig und kostspielig. Und die Variante eben mit dem Plattenwärmetauschen ist sehr einfach. Auseinanderschrauben, mehr Platten dazu, zusammenschrauben und fertig. Und die ist ja mit ein paar tausend Euro oder bei so kleinen Anlagen mit tausend Euro wahrscheinlich erledigt, wo es bei einer anderen Anlage 20, 30, 40.000 Euro kostet. Das Ganze dann zu erweitern. Ausführungen des Rauchgaswäschers, wie zuvor, zählt eben mit getrennter Wasch- und Energierückgewinnungszone. Das heißt, die Waschzone, da bleibt das Schmutzwasser, so wenn nur noch Partikel mitkommen, bleibt das Schmutzwasser auf der Seite. Und auf der Seite habe ich immer klares, reines, ja, staubfreies oder wie auch immer schlammfreies Wasser. Und da wird immer ein Teilstrom abgezwackt und den Kanal geleitet beziehungsweise gefiltert. Und das ist eben der große Vorteil im Vergleich zu den konventionellen Rauchgaskonditionen. Weil hier immer das Rauchgas reinkommt, ist auch so quasi eine Quänsche, wo das Abgas abgekühlt wird, was auch da passiert in der Waschzone. Das Problem ist, das ganze Wasser landet im selben Bäckchen, wo im Prinzip auch das Wasser verwendet wird für die Abreinigung oben. Also wird dann mit Schmutzwasser über die ganzen Wärmetaschabündel drüber gesprüht. Und ja, man hat hier einfach eine Verschmutzung durch den Schlamm, was da entsteht, in der ganzen Konzentrationsanlage. Und das hat man eben im Nebensystem nicht, weil eben der dreckige Teil vom sauberen Teil ganz klar getrennt sind. Wie schaut da sowas aus? Also das Wasser, es gibt mir auch die Möglichkeit bei kleinen Anlagen, das heißt so Megawattbereich oder kleiner, wo in der Vergangenheit die Staubgrenzwerte bei 50 Milligramm gelegen sind oder immer noch liegen. Man muss jetzt die Elektrofilter nachrüsten. Aber diese Anlagen haben dann auch als, oder fungieren dann gleichzeitig auch als Staubabscheidung. Das heißt, ich fahre da wirklich mit dem dreckigen Abgas rein. Und man sieht da stehen die, ja, die Waschseite das Schmutzwasser. Da sieht man da sehr viele Partikel drin, sehr viel Asche, sehr viel Staub. Und die Reinwasserseite im Wäscher. Sieht man ganz klar schmutzige Seite zu der, ja, Reinwasserseite. Partikelabscheidungsrate, da gibt es auch Messungen. Die sind sehr, sehr gut. Also ich kenne jetzt kein anderes System, das so hohe Abscheideraten gewährleistet. Und kurz zur Erklärung, da sieht man die Partikelgröße. Also Mikrometer sind die Tausendstel Millimeter. Und alle Partikel, die wir jetzt an vier oder acht Mikrometer sind, also relativ klein schon, die werden fast hundertprozentig abgeschieden. Und erst bei kleinen Partikeln, also die zwei bis vier Mikrometer, werden ungefähr zu 50 Prozent abgeschieden und ein bis zwei Mikrometer Partikel können auch hier mit diesem System nicht mehr abgeschieden werden. Es ist einfach physikalisch dann nicht mehr möglich. Aber man sieht ja schön, alles was größer wie zwei bis vier Mikrometer ist, wird sehr, sehr, sehr gut abgeschieden. Und deswegen ist es auch noch ein zusätzlicher Staubabscheider. auch wenn man Elektrofilter hat, ist es auch etwas Gutes, was man auch noch neben der Energierückgewinnung als Zusatzeffekt hat, dass man sagen kann, ich habe hier nochmal einen zusätzlichen Rauchgaswäscher eingebaut, um einfach das Abgas nochmal sauberer zu bekommen. ist vielleicht bei Neuprojekten interessant, wo eben Menschen Angst haben vor, jetzt habe ich einen Biomassekessel vor meiner Haustür und da oben kommt viel Staub und Dreck raus. Und das möchte ich nicht, dass man ihnen einfach erklärt, schau, wir haben dann nochmal zusätzlich zum Elektrofilter, zum Feinstaubfilter nochmal eine zusätzliche Rauchgaswäsche eingebaut, um ja sicherzustellen, dass nichts in die Umwelt oder kein Staub in die Umwelt imitiert wird oder keine Abgase, weil Staub ist auch wieder nur ein Teil vom Abgas, aber sogar ein Normalbürger kann sich da relativ wenig darunter vorstellen. Aber das ist wie gesagt auch ein sehr gutes Argument, um einfach die Öffentlichkeit etwas zu beruhigen. Dass es ja auch noch ein großer Vorteil ist, dass sie ungefähr die fünffache wärmetallische Fläche haben als bei klassischen Rauchgaskonstellationen, weil hier eben sehr viele so Blechkörper übereinander geschüttet sind und einfach hier die Oberfläche wesentlich größer ist als wie jetzt bei einer klassischen Rohrbündel-Wärmetauscher und ja, die Teile eben wartungsarm sind beziehungsweise sowieso rostfrei sind das sehr hochwertige Edelstahl und ja, relativ einfach und primitives System. Wie gesagt, die Rauchgaswäscher, wer es nicht weiß, die kommen ja aus dem Bereich Müllverbrennungsanlagen, Großkraftwerksbereich, die sind der Standard schon seit Jahrzehnten und es gibt nichts Besseres und das wird dadurch durch Caligo möglich, wird einfach die bewährte, robuste Technik aus dem Großkraftwerksbereich, wo die Anlagen das ganze Jahr bis auf drei, vier Wochen durchlaufen, auch teilweise mit Müll betrieben werden und mit anderen, nicht so sauberen Brennstoffen. Das ist im Prinzip ein runtergebrochenes System auf dem Biomassebereich. Deswegen ist es eben solche Anlagen sehr, sehr, sehr robust, weil sie ursprünglich aus einem viel schmutzigeren Bereich kommen. Ein weiteres Problem ist auch die Korrosion. Weil du musst dir vorstellen, wenn Abgas eben unter, also es kommt jetzt auf dem Brennstoffwassergehalt drauf an und auf die Brennstoffzusammensetzung, aber unter 130 Grad beginnt meistens der Säuretaupunkt, das heißt, Schwefelsäure, Salzsäure werden flüssig und greifen dann den Stahl an. Und beim Rauchgaswäscher habe ich ja permanent einen nassen Betrieb. Das ist ja permanent Wasserumwelt und es wird permanent gespült. Bei einer klassischen Rauchgaskondensationsanlage kann es eben sein, dass ich mit der Anlage zwischen Teillast fahre oder mal einen besseren oder schlechteren Brennstoff verbrenne, dass ich hier so in einen nass-trucken Betrieb komme. Das heißt, einmal bin ich hier nass-wasser-kondensiert, da bin ich wieder trocken, dann kondensiert nur noch mehr und mehr die Schwefelsäure und durch diesen Wechsel zwischen trocken und nass wird eben der Stahl angegriffen und du kannst relativ schnell Korrosionsschäden am Dermetallischen Bündel haben. Das gibt es eben bei den Rauchgaskondensationsanlagen auf Wäscherbasis gar nicht. Regelungskonzept ist auch etwas, wo sich viele Hersteller unterscheiden. Es muss eben so sein, also das System zum Beispiel von Caligo, das ist so ausgelegt, dass es sich wirklich an die Kesselleistung anpasst und auch die ganzen Pumpenvolumenströme und so weiter wirklich dann auch reduziert, damit auch Strom gespart wird und nicht eben unnötig, dass es dem immer Vollgas rennt, obwohl es nicht benötigt wird. Und das ist eben für die laufenden Kosten sehr interessant, dass eben hier nur das angefordert wird, was auch gebraucht wird. Und auch das Thema Datenauswertung und Regelung gibt es ein sehr gutes System, wo man auch im Hintergrund zum Beispiel Daten eingehen kann, wie Strompreis, Brennstoffpreis und so weiter und anhand dieser Daten kann sich das System dann ausrechnen, wo ist der optimale Betriebspunkt und wie betreibe ich jetzt den Wäscher kosteneffizient. Und das können meiner Meinung nach oder meines Wissens nach kein System am Markt. Nachrüstigen bestehenden Heizwerken, wie funktioniert sowas? Im Moment hast du ja irgendwie so eine Anlagenkonfiguration, das ist einmal ein Kessel, dann irgendeine Art von Staubabscheider, wieder direkt ein Elektrofilter oder davon noch eine Zyklon und dann geht es über den Ventilator in den Kamin. Und wie man so ein System nachrüstet, ist relativ einfach. Man baut einfach nach dem Elektrofilter diese Rauchgaskonstellation ein. Das ist ein autonomes System, verfügt über einen Bypass. Das heißt, wenn ich die Anlage starte oder wenn du eine Feuerung startest und das Abgas warm genug ist, dann registriert das System und dann wird der Wäscher automatisch in Betrieb genommen und kuppelt sich so quasi ein und übernimmt die Aufgabe und sobald eine Störung ist, merkt er das auch anhand, dass hier kein Abgas mehr reinkommt, dann fährt er auch in den Bypass-Betrieb und regelt sich im Prinzip voll autonom selbst und du brauchst sich um nichts kümmern. Wirtschaftliche Betrachtung, ja, da gibt es eben mehrere Punkte zu beachten, aber so ganz einfach zusammengefasst. Wenn du jetzt zum Beispiel ein bestehendes Heizwerk hast und du brauchst zum Beispiel 30%, 40% mehr Leistung, weil du mehr Neukundenanschlüsse hast, da gibt es zwei Möglichkeiten, entweder du rüstest dir so eine Rauchgaskonisationsanlage oder einen Wäscher nach oder du kaufst dir einen neuen Biomassekessel mit der ganzen Brennstoffbeschickung und so weiter und so weiter, brauchst du ein neues Kesselhaus wahrscheinlich und einen neuen Schubboden und das geht eben sehr stark ins Geld und jetzt allein anlagentechnisch, also was jetzt die Hardware kostet, bist du mit so einem System 20% bis 50% günstiger unterwegs, weil wenn du zum Beispiel einen 2 Megawatt Kessel hast und du brauchst jetzt 600, 700, 800 kW mehr, dann kannst du das mit dem System gewährleisten und wenn du im Umkehrschluss einen 600 oder 800 kW Kessel kaufen musst in Industriequalität, also kein Kessel von einem Haustechnik, von einer Haustechnikfirma, sondern wirklich eine Industriekesselanlage, da bist du einfach hier 20% bis 50% günstiger unterwegs und was noch dazu kommt, oder Leistungssteigerung bis zu 42%, bezogen jetzt auf deine Kesselleistung und eben ganz wichtig, du brauchst keinen zusätzlichen Brennstoff, weil wenn du jetzt einen neuen Kessel installierst, anstatt so einem System, dann brauchst du wieder mehr Holz, du hast wieder einen höheren Brennstoffbedarf und hier hast du im Prinzip zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, du hast mehr Leistung und du brauchst nur den gleichen Brennstoff wie zuvor, also kein Hackschnitzel mehr und das kannst du für dich ganz einfach einmal selbst ausrechnen, was würde das bedeuten kostentechnisch, wenn du jetzt im Anlagenbetrieb 35% bis 42% weniger Hackgut pro Jahr benötigen würdest, also was macht das in Euro gesprochen aus bei dir und wie viele Jahre brauchst du dann im Endeffekt, bis sich so ein System dann gerechnet hat und durch die Amortisationszeiten hat sich auch wieder einiges getan, also die belaufen sich je nach System, es gibt eben Systeme ohne und mit Wärmepumpe, das muss man sich anschauen, was bei dir in einem konkreten Fall Sinn macht, aber da liegt man irgendwo zwischen drei und sieben Jahre, inklusive natürlich der Förderungen, also die wurden jetzt auch neu aufgelegt in Deutschland und Österreich und es gibt sehr, sehr gute Fördersätze, das zeige ich dir jetzt in den nächsten Folien und zwar in Österreich zum Beispiel seit 1. Juli, hinten sind immer die Links verlinkt, du bekommst für solche Nachrüstungen, Umrüstungen einmal 30% Förderung plus 5% Förderung, wenn du den Gesamtenergieeinsatz mehr als 10% reduzierst, das heißt, also solche Kondensationsanlagen schaffen 35 bis 42% Reduzierung, also da bist du immer dabei, das heißt, 35% bekommst du gefördert bis zu einem Anlagenpreis von 6 Millionen Euro, ich glaube, das wird so ziemlich keiner überschreiten für das Projekt, weil ich sage, so bei kleinen Anlagen bist du im Bereich von 200 bis 600.000 Euro bei großen 8 Megawatt Kessel unterwegs, genau, also das Budget sollte nicht wirklich jemand benötigen und das Thema ist auch mit der Kombination mit Wärmepumpe gibt es noch mal zusätzlich höhere Fördersätze und zwar bis zu 45%, also wenn du den Rauchgaswäscher mit einer Wärmepumpe kombinierst und hier einfach kurz, also gibt es verschiedene Arten von Wärmepumpen, weil es natürlich nicht nur jetzt im Bereich Fernwärme, sondern auch Erdwärme zum Beispiel oder Tiefengeotermie, also wenn du eine Sohle Warmwasserwärmepumpe dir zulegst bei der Tiefengeotermie bohrt und hast, bekommst du 300 Euro pro Kilowatt thermisch, also was die Wärmepumpe an Leistung hat, das heißt bei einer 500 kW Wärmepumpe 500 mal 300 Euro bei einer Wasserwasserwärmepumpe, das wäre jetzt bei uns der Fall, weil wir das Wasser aus dem Brennstoff oder aus dem Rauchgas rauskondensieren, das wäre die 200 Euro pro Kilowattstunde, dann ist noch zusätzlich, wenn du Strom aus erneuerbaren Energien nutzt, das heißt, wo beziehst du den Strom her, kannst du auch noch bis zu 100 Euro pro Kilowatt extra bekommen, plus wenn das Kältemittel der Wärmepumpe umweltfreundlich ist, bekommst du noch mal 75 Euro, das heißt, du bekommst 200, 375 Euro, also 375 Euro pro Kilowatt, was die Wärmepumpe leistet und das Ganze ist wie gesagt mit 45% gedeckelt, weil wenn ich das alles kombiniere, komme ich meistens über 45% und da haben sie einfach auch eine Grenze gesetzt und hier auch für Projekte bis 4,5 Millionen Euro ist für den normalen Heizwerkbetreiber nicht relevant, weil so große Projekte in dem Bereich sind eher sehr selten. Ja, unsere deutschen Freunde, was haben die für eine Förderquoten? Also Voraussetzung ist für sowas, man braucht mindestens ein Fernwärmenetz mit 17 Gebäuden oder 101 Wohneinheiten, bei Neubau mindestens 75% Erneuerbare Energien oder Abwärme, das heißt mit einem Biomassekessel bist du weit über 75% und was noch benötigt wird, eine Machbarkeitsstudie oder Transformationsplan ist verpflichtend und das ist eben auch aufgebaute Förderung in mehreren Modulen, also du bekommst für die Machbarkeitsstudie oder den Transformationsplan 50% Förderung, wenn du das über ein Ingenieurbüro machen lässt und dann bei den Einzelmaßnahmen oder Umsetzung des Neubaus oder Transformation bekommst du 40% Förderung, das heißt auf die Nachrüstung von so einer Koordinationsanlage mit und ohne Wärmepumpe bekommst du 40% und was du noch bekommst, das haben eben nur unsere deutschen Kollegen, bei Solartermie- oder Wärmepumpen, also eben die elektrischen Wärmepumpen, bekommst du zehn Jahre lang eine Betriebskostenförderung, das heißt du beziehst einen günstigeren Tarif für den Strom, weil natürlich Wärmepumpen ja mehr Strom benötigen und das ist eben auch ein Sonderfall bei unseren deutschen Kollegen, was es in Österreich nicht gibt. Deswegen so summa summa und zusammengefasst in Österreich und Deutschland, wie man es auch sieht, circa 40% an Förderung, was man bekommt für solche Umbaumaßnahmen, maximal 45% und das ist wirklich sehr, sehr gut. Ich hoffe, dir hat dieses Video was gebracht. Weitere Details, Informationen findest du nochmal unterhalb des Videos, da habe ich nochmal ein Dokument verlinkt, wo eben nochmal das Thema Rauchgaskondition, die verschiedenen Vorteile, Ausführungsvarianten und so weiter dargestellt sind, das kannst du dir herunterladen und nochmal in Ruhe durchlesen und ja, ich hoffe, dir hat es gefallen und ich hoffe, wir hören uns. Macht's gut!